In den Ländern, manche von uns kommen schon seit 40 Jahren in das Gebiet rund um Oranópolis. Deshalb wetten wir uns heute mit einem Anliegen an Sie, das Ihnen sicherlich längst bekannt ist. Wir erfuhren von einem geplanten verstärkten Abbau von Gold in verschiedenen Minen im Bezirk Aristoteles. Wir alle wissen, wie schädlich dieser Abbau in jedem Fall für jede offene Umwelt ist. Wir möchten die Menschen von Oranópolis, Jérisson, Amulyoni durch eine friedliche Demonstration in ihren Anliegen und die Schließung der Miene unterstützen und wenden uns deshalb mit diesem Brief an Sie. Wir ersuchen Sie damit dringend, diese Miene zu schließen, um auch in den nächsten 50 Jahren dieses Gebiet als Naturschutzgebiet für uns alle und unsere Kinder und Kindeskinder weiter zu sichern. Sehr gern würden wir auch in den kommenden Jahren wieder nach Griechenland kommen. Aber die Vorstellung, in einem von Goldmienen verseuchten Gebieten Urlaub zu machen, ist undenkbar. Musik Georg und ich sagte, alles und es аum, es ging wieder. Der Manns-vergול, der Versuch, der Spurring war mit deinen Handel. Das ist Kalkiniki! Geheimnis S.O.S. Kalkiriki, S.O.S. Ornopoli, nein zur Goldmühne. S.O.S. Ornopoli, nein zur Goldmühne. S.O.S. Ornopoli, nein zur Goldmühne. S.O.S. Kalkiriki, S.O.S. Kalkiriki, S.O.S. Ornopoli, nein zur Goldmühne. S.O.S. Kalkiriki, 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 S.O Wir wollen keine Goldmanticien. Wir wie viel uns nicht teilen. Wir haben keine Goldmina. Wir haben noch keine Goldmina. Wir sind keine Goldmina. Wir wollen keine Goldmina. Nicht so jetzt, schalke die Kie, nein zu den Goldminen. Nicht so jetzt, schalke die Kie, nein zu den Goldminen. Nicht so jetzt, schalke die Kie, nein zu den Goldminen. Nicht so, schalke die Kie, nein zu den Goldminen. Nicht so jetzt, schalke die Kie, nein zu den Goldminen. S.O.S. Kalkenikin Nein, zu den Goldminden S.O.S. Stopp Brunikota Abdi, Milane, ja hier die Gezimne Emis, Milane, ja treffine S.O.S. Stopp de Goldmine Stopp de Goldmine S.O.S. Kalkenikin Norde de Goldmine S.O.S. Kalkenikin Noo, zu den Goldmine S.O.S. Kalkenikin Nein, zu den Goldmine Sie vuole Kalkenikin Musik E-T-E-K-A-N-E-S Goldminen! Kalkubback Josarrat Lesz-Bewes-Kalkedikis Keine Goldminen! Lesz-Bewes-Kalkedikis Lesz-Bewes-Kalkedikis Lesz-Bewes-Kalkubback Lesz-Bewes-Kalkedikis Lesz-Bewes-Kalkedikis Lesz-Bewes-Soro-Nopoli Lesz-Bewes-Geriso No Goldmines, no Goldmines, to destroy the nature, SOS, Kalkiniki, SOS und Anophilie, SOS, keine Goldminen, die zerstören die Umwelt, zerstören das Meer, die zerstören die Fische, zerstören den Tourismus, SOS, Kalkiniki, no Goldmines, SOS, Kalkiniki, SOS, Kalkiniki, an책 ا Phonele Hollens, SOS, Keraso, eso es dupeada, no Goldmines, Sie destoieren die Natur. Wir werden nicht mehr verfolgen. Alles wird polutet. Es ist Uranopolis. Es ist Perisot. Es ist Olympiada. Kommt die Goldmühlen. Sie verstehen, rennt die Umwelt. Es ist Napalenzu. Es ist Olympiader. Es ist Olympiada. Es ist Olympiada. Sie interessieren sie zum Schwab. Rats*** K verso 4. K...? Ja heißt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020